Insbesondere von den Niederlagen. Von den Wins kann man sie sich eigentlich auch angucken, um dann zu sehen, ob man das Spiel früher beenden können, sicherer beenden können oder ob es Phasen gab, wo die eigene Armee um so vieles größer gewesen ist als die Gegner, dass man einfach hätte pushen können. Muss ja nicht gleich ein All-In-Push sein. Von so gegen Freunde spielen ist zwar ganz nice, aber ich trainiere nicht so viel von, weil wenn man Ranglisten spielt, spielt man sich einfach, man spielt ja gegen fremden Gegner, man kann sich da nicht auf ihn einspielen. Bei Freunden weiß man ganz genau, sind die schwache Micro, haben die Makro-Schwächen, irgendwie sowas. Bauen sie immer Marines in diesem Setup und da reagieren sie auf eine Fast-Expansion immer gleich. Das ist alles, worauf man sich im Ranglist-Spiel nicht verlassen kann. Selbst im Turnier-Spiel sollte man es nicht. Ich hoffe, man meint seinen Gegner vor sich zu kinnen. Ich kenne da ja irgendwelche Fun-Maps, die irgendwie das Micro speziell trainieren. Das ist ja nicht schlecht. Da fällt sogar ein Guide, um die Maus perfekt einzustellen auf die eigenen Bedürfnisse. Wenn jeder verlorene Klick ist schon eine Aktion umsonst. Insbesondere blöd, wenn man mitten im Gefecht noch Rallye-Point ändern will. Kojo. Hallo? Bitte sagen mir, dass du kommst. Oh, ich hab's geschafft. Oh, okay. Alright. Scooby. Ich bin drin. Juhu! Scooby, hey, hey, Scooby, bist du da? Mhm. Okay. Scooby, hey, 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 hey. Ich bin drin. 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 Es lag doch da drin, der ich jetzt nur eingetragen hab. Hm. Warum bist du denn gar nicht hier in dem Battlebound? Ich bin ja hier. Doch, das Geduld ist da. Man kann im Springen winken. Nice. Oh, Gott. Bist du es mal schaff, ne? Ich denke schon. Oh, Mann. Oh, ich will was sagen. Oh, mein Gott. Ja. Ich werde diesmal über eine andere Bildorder hier fahren, ne? Ich werde einfach bei Turmstellungen und so bleiben diesmal. Weil, bei denen in der Base haben wir immer genug, leider. Mhm. Ich gehe erst zur Basement. Und sobald das stabil ist, komme ich zurück. Ja, das war's. Ja, das war's, ja. Oh, das ist super als Genie. Ich schreibe, ich schreibe. Hm. Ich schreibe. Ja, das war's. Ich schreibe. 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 Es ist ein bisschen seltsam, wie sich das so eingefahren hat, dass alle mal erst zuerst zu den Bossen fahren. Es ist überhaupt nicht mehr so, dass immer was anderes passiert, sondern es ist einfach immer das Gleiche. Ja, stimmt. Wie kann der Typ, ach so, der wie 84, 95 K, ok, kostet nicht. Ich habe eben noch gesehen, was passiert, wenn man mit den falschen Klassen versucht, da zu deffen. Bumm, 20 K, bumm. Bumm, 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 bumm. Ja, na, jetzt einer hat schon einen Eispulturm gefleckt, während wir hier Party gemacht haben. Muss ja. Muss ja. Hey, koosja, hey. Hey, koosja. Hey, koosja, hey. Let's skate up. Let's hear it. Du Pando. Ach, ich hasse es im Kampf zu sein, wenn es gar nicht stimmt. Ich komme hoch, komme hoch. Skrubi darf nicht sterben. Einfallen. Ich gehe mal zum Blutturm. Blutelfenturm, Bluteisenturm, Bluteisturm. Ah, aber da. Okay, stabil. Eisbluturm, das weiß er. Eisschwingenbunker, den könnte man rennen. Boah, ich muss mal in den Süden, da geht alles down. Im Norden geht auch alles down. Normalerweise gibt es immer so zwei, drei, ich sag mal, Pros. Wir versuchen unsere Bunker zu recappen. Das sind ganz schön viele Leute, die wir da haben, aber es klappt scheinbar nicht. Ist mir unbeweiflich. Wir haben nur zwei hier im Süden. Ne, drei Leute. Die anderen sind flott wie alle gestorben. Das wird schon wärmer. Was ist denn jetzt gut? Sobald der ja safe gefleckt ist, kommen wir in den Süden. Ab in den Süden. Auch Deutschland brach ein Platz in der Sonne. Vollzugsweise im Süden. Hey, 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 hey. Kusje Jay geht down. Hey, 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 hey. Blast Kusje Jay in Frieden. Schasse sie. Wir haben auch den Friedhof nicht, das wird gay. Mit den Schnee wehen, Friedhof? Mir wird das so komisch braun angezeigt. Wir können vielleicht... Turmstern geht gleich down, oder? Haben wir die noch? Wir haben die noch. Ich bin da vor... Die lange dauert die noch? Ich hab die weggekriegt. Ich hab keinen Timer, Alter. Bin nicht mehr lange down. Er wird vielleicht 30 Sekunden. Ja. Wir müssen versuchen im Norden umzuflagen. Dann können wir durch Supply gut gewinnen. Alles klar. So. Wir haben den Bunker hier gesaved. Süd- und Nordbunker eine Minute dreißig noch. Das ist gut, wir haben die Mine im Süden auch schon. Eine holt die gerade im Norden. Das ist nice, wir haben da einige Leute im Friedhof. Wir sind da nur recht schnell bei uns rein. Ah, wie lange die Arbeiter sind hier noch? So. Müsst jetzt da hin. Jupp, es brennt. Das ist gut. So. 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 Soure auf dem Weg noch den Steinbruchbunker zu saven. So. Der hält nach 3 Minuten. Wie sieht das bei uns in der Base aus, die Bunker? Wie lange hält die noch? Der eine 30 Sekunden. Der andere 10. Ah, da komm ich so oder so nicht rechtzeitig mal an. Ach du Scheiße, so viel. Ich kann's mir messen mit dem, wie hoch媽 ich dir. Ich kann es nicht nennen, wie hoch oder so nicht hoch oder so. Bei Ihnen hat man die Abadernung ist die Abadernung nicht abgeschüttet. Und du hast an das Abadernung nicht geholfen! Wir haben die Abadernung nicht geholfen! Aber ich kann es wohl, dass das Abadernung nicht geboren wurden! Wir müssen die Abadernung nicht nach Hause gehen. Wir müssen die Abadernung nicht abadern. für die Abadernung nicht weiterer und abadern. Vielen Dank.